Boah, der will bestimmt wieder die Anmoderation machen. Dabei hätt ich so Lust. Ey, kann er heute vielleicht mal anfangen? Ich hab keinen Bock jedes Mal den Scheiß zu machen. Willst du oder soll ich? Mach ruhig. Cool, gerne. Heute spielen wir ein ganz neues Spiel, was wir erst am Wochenende... Warte, ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt weißt du es wieder. Was wir erst am Wochenende im Fernsehen bei Schlag den Henssler gesehen haben. Props zu Schlag den Henssler. Und zwar spielen wir heute Gedankenlesen. Wir haben heute mal wieder unsere wunderschöne, attraktive, junge Assistentin dazu beauftragt, kleine Sachen für uns vorzubereiten. Und zwar, ja... Kleine Sachen vorzubereiten. Kleine Sachen vorzubereiten. Und was genau, das erklärt uns jetzt der Thorsten. Ja, die gute Dame hat Kategorien aufgeschrieben. Plus das erste Wort, das ihr dazu einfällt. Wir werden die Kategorie vorlesen, aufschreiben, welches Wort uns dazu einfällt. Sollte es eine Übereinstimmung geben, gibt es für den jeweiligen Kandidaten einen Punkt. Wir haben hier wunderschöne Umschläge. Wow. Auf diesen Umschlägen stehen jetzt Kategorien. Sollen wir... Soll ich anfangen? Mit der ersten Kategorie vorlesen? Achso, ja, gut, okay. Die erste Kategorie heißt... Getränk. Hab. Hast du? Ja. Okay, was hast du denn aufgeschrieben? Cola. Cola. Ja, und du? Achso, Cola. Achso, Cola. Wenn sie jetzt was anderes hat... Fanta. Ja, wir sind noch nicht, wir sind noch nicht richtig justiert. Ich muss noch mal kurz gucken. So, jetzt wird es besser. Dann steht es ja schon mal 0 zu 0. 0 zu 0, gutes, gutes, gutes Ding. Okay, Kategorie ist Zahl zwischen 20 und 30. Hab. Ich hab die Michael Jordan Nummer 23 genommen. Ich hab 25 genommen. Oh, wir sind gespannt. Aber 22 war auch knapp. Es ist die 24. Sind wir beide nur einen weg? Dann wollen wir uns nicht mal einen Punkt geben, wer näher dran ist. Was passiert denn bei 0 zu 0? Dann müssen wir uns küssen. Dritte Kategorie. Und jetzt gibt ihr mal ein bisschen Mühe. Ich nehme zum Strand mit. Was hast du? Sonnencreme. Schwimmreifen. Schwimmreifen, die hab ich immer. Sonnencreme. Ja, uhuhuhuhu. Direkt, äh, ziki, 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 ziki. Hau raus, hau raus, hau raus. Ein Tier. Ein Tier. Tier. Hab. Hund. Hase. Okay, ich wette, da steht Katze drauf. Hund hast du? Hast du sie als erstes in den Kopf gekommen? Arfe. Ja, sie ist, äh, äh, sie kennt dich besser. Muss nochmal ganz kurz. Was ist denn da los? Aua, das war ganz schön doll. Ja. Schminke Make-up. Da steht ja schon die Antwort drauf. Okay. Lippenstift. Hab ich auch. Wimperntusche. Boah, ab, ab. Yeah. 1 zu 0, 1 zu 0, 1 zu 0, 1 zu 0. 1 zu 0, 1 zu 0, 1 zu 0. Ja. Ja, Chris. Hat dir das Video gefallen? Dann gib du dir die gute Woche ein Like. Ich will antworten. Einen Daumen nach oben. Soll ich noch was machen? Ja, was denn? Abonnieren. Ja, und? Eine Glocke aktivieren. Wozu? Damit die Leute immer sehen, wenn wir ein Video online gestellt haben. Und mit wem teilst du es? Mit meinen Freunden auf Facebook und auf Twitter. Und was machst du mit Patreon? Da gucke ich vorbei und spende ganz viel Geld, beziehungsweise, was heißt ich, spende ich unterstütze damit, lass mal reden. Und was kriegst du dafür? Ganz großartiges Premium-Material, Behind-the-Scenes-Footage, kleine Videos von uns und Nacktfotos von Andi. Wow! 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 Wow!